Wann ist ein Mann ein wahrer Mann? Von Byron Forrest Young Kapitel 13 Pornografie Hugh Hefner wird alleine sterben Denn von Honig triefen die Lippen der Verführerin Und glatter als Öl ist ihr Gaumen Aber zuletzt ist sie bitter wie Wermut Scharf wie ein zweischneidiges Schwert Ihre Füße steigen hinab zum Tod Ihre Schritte streben dem Totenreich zu Den Pfad des Lebens erwägt sie nicht einmal Sie geht eine unsichere Bahn Die sie selbst nicht kennt Und nun hört auf mich, ihr Söhne Und weicht nicht von den Worten meines Mundes Bleibe fern von dem Weg, der zu ihr führt Und nähere dich nicht der Tür ihres Hauses Sprüche 5, die Verse 3 bis 8 Denn das Gebot ist eine Leuchte und das Gesetz ist ein Licht Unterweisung und Ermahnung sind ein Weg des Lebens Um dich zu bewahren vor der bösen Frau Vor der glatten Zunge der Fremden Begehre nicht in deinem Herzen nach ihrer Schönheit Und lass dich nicht fangen von ihren Blicken Denn um einer hurischen Frau willen Kommt man an den Bettelstab Und die Frau eines anderen Gefährdet die kostbare Seele Kann jemand Feuer in seinem Gewand tragen Ohne daß seine Kleider in Brand geraten Oder kann einer auf glühenden Kohlen schreiten Ohne sich die Füße zu verbrennen Sprüche 6, die Verse 23 bis 28 Denn als ich am Fenster meines Hauses Durch das Gitter schaute Und die Unverständigen beobachtete Bemerkte ich unter den Söhnen Einen jungen Mann ohne Einsicht Der strich auf der Gasse herum Nicht weit von ihrem Winkel Und betrat den Weg zu ihrem Haus In der Dämmerung Am Abend des Tages Beim Einbruch der Nacht Als es dunkelte Sprüche 7, die Verse 6 bis 9 Stellt dir eine Axt vor Zwei Pfund schwer Eine vier Zoll rote Klinge Scharf wie ein Rasiermesser Fest verankert An einem 25 Zoll Hickory Stiel Du weißt, wovon ich spreche Paul Bunyan Stell dir vor, du hast solche Äxte Bisher nur in Horrorfilmen gesehen Nicht diese schwarz-weißen Hitchcock-Klassiker Sondern diese abscheulichen Gewaltfilme In denen wahnsinnige Psychopathen ihre Opfer verstümmeln Und zerlegen Okay, vernünftige Eltern Würden ihre Kinder Nie solche Horrorfilme sehen lassen Aber in diesem Szenario Tun sie es Es ist einfach nur erfunden Außerdem ist es der einzige Weg Wie diese Analogie funktioniert Also entspann dich Und lies weiter Wenn dieses Szenario Der Wahrheit entsprechen würde Wäre es so gut wie unmöglich Anzunehmen Äxte könnten für etwas anderes Benutzt werden Als zu zerstören Und Schrecken zu verbreiten Äxte sind furchtbar Zerfetztes Fleisch Abgetrennte Gliedmaßen Sie sind einfach nur ein Übel Und kein anständiger Mensch Besitzt eine Dann Eines Sommers Besuchst du die Farm Deiner Großeltern Eines Nachmittags Kommst du um die Ecke der Scheune Und siehst deinen Großvater Mit über dem Kopf erhobener Axt Voller Schrecken Beobachtest du Wie dein Großvater Die Axt nach unten wuchtet Um Ein Stück Holz zu verunsteiten Was Moment mal Da Bei seinen Füßen Ist ein Haufen Frisch massakrierten Holzes Ist Feuerholz Nicht gut und nützlich Fragst du dich selbst Ja Das ist es Tatsache ist Dass eben dieses Feuerholz Mit der Zeit In dem Kanonenofen Deiner Großmutter landen wird Auf dem sie ihren Unvergleichlichen Eintopf zubereitet Dann Erkennst du die Wahrheit Äxte Sind Gut Äxte So stellt es sich heraus Sind nicht dafür gemacht Schaden anzurichten Was nicht heißt Dass sie keinen Schaden Anrichten können Aber Sie sind nicht dazu gedacht Was man dir gesagt hat Ist falsch Äxte Sind eigentlich sehr hilfreich Seit Jahrhunderten Sind sie wichtig Für die Existenz Der Menschen In einfachen Ländlichen Gegenden Obwohl sie Gefahrvoll sein können Sind sie doch Für einen ehrenhaften Zweck erschaffen worden Es sind die Psychopathen Die diese Äxte Missbrauchen Und sie für ihre Abscheulichen Zwecke Benutzen In falsche Hände geraten Sind Äxte Zerstörerisch In den richtigen Händen Können sie für wirklich Gute Dinge benutzt werden Wie Für Siedlungsgrenzen Ich bin mir schon Im Klaren darüber Wenn Großvater Ein Huhn gekopft hätte Als du um die Ecke Der Scheune kamst Hätte das Deine ursprüngliche Prägung bestärkt Aber das Ist meine Story Und das Ist nie passiert Diese Entdeckung Wäre dann Kontraproduktiv Es ist verrückt Aber Äxte Sind ehrenvoll Anständige Menschen Besitzen sie Leute Wie dein Großvater Manchmal Tragen sie Zu einem Eintopf Bei Deine Einstellung Zu Äxte Wäre durch diese Erfahrung Für immer Verändert Dieser Moment Bei der Scheune Würde dich Durch und durch Verändern Wie Deine Entdeckung Dass es keine Nikolaus gibt Aber In einer guten Art Die Wahrheit Über Äxte Die für dich Viel zu spät Kam Würde deine Ansichten Verändern Äxte Sind in Ordnung Vielleicht Gehst du sogar So weit Selbst eine Axt zu kaufen Und sie zu Benutzen Für das Gute Freilich Wäre diese Neugefundene Klarheit Nicht frei Von gewissen Schwierigkeiten Zwangsläufig Würde sie In dir Gegen deine Bisherigen Erfahrungen Ankämpfen Schließlich Ist es Schwierig So etwas Grausames Wie Saw 1-3 Aus dem Gedächtnis Zu verbannen Angenommen Angenommen Deine Deine Bisherigen Erfahrungen Mit Äxten Würden Als Aufwühlende Gedanken Bilder Und Gefühle In deinem Gedächtnisspeicher Verbleiben Sie Würden Allein Beim Ansehen Einer Axt Sofort Hoch Kommen In Deiner Gedanken Welt Würdest Du Zu Kämpfen Haben Um Äxte Im Richtigen Kontext Zu Sehen Wie Könnte Das Wohl Keine Herausforderung Sein Flieht Die Unzucht Jede Sünde Die Ein Mensch Sonst Begeht Ist Außerhalb Des Leibes Wer Aber Unzucht Verübt Sündigt An Sein Eigenen Leib Oder Wisst Ihr Nicht Dass Euer Leib Ein Tempel Des In Euch Wohnenden Heiligen Geistes Ist Den Ihr Von Gott Empfangen Habt Und Dass Ihr Nicht Euch Selbst Gehört Denn Ihr Seid Teuer Erkauft Darum Verherrlicht Gott In Eurem Leib Und In Eurem Geist Die Gott Gehören 1. Korinther 6 Die Verse 18 Bis 20 Am Ende Wirst Du Dir Wünschen Du Hättest Nie Diese Bilder Gesehen Du Bedauerst Deine Unkontrollierten Entdeckungen Der Äxte Und Deine Verlorene Arglosigkeit Du Tust Was Jeder Vernünftige Mann In Deiner Situation Tun Würde Du Fängst An Deinen Sohn Die Wahrheit Über Äxte Zu Lehren Es Macht Keinen Sinn Ihn Mit dem Selben Betrug Leben Zu Lassen Stell dir einen guten Mann vor Stell dir nun einen Ehemann vor 1,80m groß 97 Kilo schwer Seit mehr als 10 Jahren glücklich verheiratet Er Er seine Braut erfreuen sich einer gesunden und normalen physischen Beziehung Er ist ein treuer Ehemann und Vater ohne größere Unausgewogenheit Ein verlässlicher Partner Papa und Freund nach dessen Leben du die Uhr stellen kannst Ganz offensichtlich liebt er seine Familie und den Herrn Er ist vorbildhaft und normal Du kennst solche Männer Eines Tages öffnet seine Frau als sie über sein Notebook auf das Internet zugreifen will unabsichtlich eine Datei Völlig geschockt sieht sie dort dermaßen unanständige Bilder dass sie instinktiv das Notebook zuklappt Schrecklich Sie ringt nach Luft Sie braucht einen Moment um es sich zusammen zu reimen Zuerst glaubt sie an ein Versehen Aber je mehr sie nachforscht desto mehr trifft sie die Erkenntnis Sie hatte keine Ahnung Ihre Ehe wird eine von vielen Wut Schrecken Enttäuschung Ekel Scham Ablehnung Ihre Welt gerät für ein paar Tage aus den Fugen Schließlich sind sie bei ihrem Pastor und sie entdeckt wie weit die Wurzeln zurückreichen Es begann bereits vor ihrer Ehe Schon in der Oberstufe ging es los Es überwältigt sie Verwirrt stellt sie die Frage die jede Frau in dieser Situation stellen würde Wie ist es möglich diese Lüge zu leben und zu sagen du liebst mich Obwohl es nicht den Schmerz beendet oder dem Irrsinn der Sünde einen Sinn verleiht gibt es eine Antwort Stell dir eine Axt vor Noch viel wichtiger Stell dir einen Jungen vor dessen erste Begegnung mit Sex eine groteske Entstellung ist Irgendwo in der Umkleide oder hinten im Bus taucht da ein Bild auf Ein Bild auf das er nicht vorbereitet war So mächtig dass es Gefühle herauf beschwert die ein Junge in diesem Alter nicht erfahren sollte Gefühle die für einen bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit in seinem Leben bestimmt sind Wenn das Bild seine Spur hinterlassen hat gibt es kein zurück Wie ein Wort das du immer wieder hörst nachdem du es einmal gehört hast sind auch diese Bilder unerbittlich Anzeigen suggerieren dem durchschnittlichen Mann dass mit dem richtigen Körperspray eine Menge sexueller Erfahrungen gemacht werden können Diese Art von Bildern ist überall um ihn herum bald schon sucht er nach ihnen So wie die Annahme Äxte seien nur für den Gebrauch in Horror Filmen gedacht wird er zurückgelassen mit dem Eindruck Sex sei etwas Schlechtes Perverses und widerliches Die Bilder signalisieren dass Frauen es mögen wie Objekte der Hemmungslosigkeit behandelt zu werden Die Hauptbotschaft Frauen müssen erobert und erniedrigt werden Echte Männer sehen Frauen in dieser Weise und haben so viel Sex wie sie nur können Also will er das auch haben Sex ist alles und die befriedigendste Wirklichkeit auf Erden Alles andere verblasst dagegen Eine Reise in die Dunkelheit Und so beginnt seine Reise in die Dunkelheit Im Licht ist er ein Geschäftsmann Busfahrer Arzt oder Diakon Im Schatten dieses Lebens aber lauern dunkle und verzweifelte Geheimnisse Es verfolgt ihn gnadenlos Zugleich hasst er es und liebt was es verspricht Er hat süße Zeiten des Sieges über dessen Macht und dann fällt er der Länge nach hin meist ohne Vorwarnung Immer wieder wird er von seiner eigenen Dummheit betrogen Dann trifft er eines Tages ein Mädchen und verliebt sich in sie Diese Beziehung ist anders als die vorigen Dieses Mädchen öffnet ihm die Augen für die Schönheit der Ehe Wie um die Ecke der Scheune kommend erkennt er die Wahrheit über Sex und den Plan dahinter Sex ist nicht beschämend und nicht zur ausschließlichen Selbsterfüllung gedacht Gott hat ihn als eine gute Sache erschaffen Er 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 ist für das er sich schämen muss In der Ehe ist er sowohl befriedigend als auch rein Er bekommt seine wahre Bedeutung in diesem speziellen Kontext An diesem Ort kann er rein und selbstlos sein Er lässt das bisherige Verderben hinter sich und er freut sich der Braut seiner Jugend Alles ist gut und so wie Gott es gemeint hat Dann eines Tages nachdem der Reiz des frisch verheiratet Seins langsam schwindet kommt er in Berührung mit einem Bild auf einer Plakatwand Unerwartet zieht ihn diese alte Macht langsam zurück Er ignoriert es an dem einen Tag nur um es am nächsten zu betrachten So geht es weiter bis er länger bei dem Bild verweilt als er sollte Mit der Zeit gibt es Dateien auf seiner Festplatte Die einst naive Ehefrau ist nun verletzte Ehefrau Unglücklicherweise ist das alles nicht nur hypothetisch Die Statistiken zum Thema Pornografie sind unglaublich und doch gleichzeitig nicht so schwer zu glauben Die beherrschende Macht von Pornografie lässt mich immer wieder staunen Mit beängstigender Häufigkeit wird es immer öfter Realität Mehr Männer als ich zugeben möchte haben in meinem Büro wie kleine Kinder geheult als sie ihr erbärmliches Geheimnis zugegeben haben Das Internet des Selbstbetrugs ist vielschichtig und überwältigend Von hier aus nimmt die Geschichte ganz berechenbare Wege Der Mann lädt gedankenlos die ganze Realität auf den Schoß seiner Frau ohne Vorwarnung keine gute Idee Von nun an berichtete er es seiner Frau jedes Mal wenn er unmoralische Gedanken hat Das zehrt an ihr In dieser Situation haben Männer die befremdliche Fähigkeit sich selbst zum Opfer zu machen um die Sympathie der Ehefrau zu erlangen Währenddessen ist das wahre Opfer die Ehefrau unter der Lawine der Kämpfe ihres Mannes begraben Dieser totale Fokus auf seinen Kampf mit Pornografie und seiner Neigung zur Masturbation wird bestimmend für diese Ehe Es endet damit dass sich alles wieder einmal nur noch um ihn dreht Letztendlich schließt er sich mit ein paar Männern zu einer Gruppe zusammen die herumsitzen und ihre Kämpfe bis zum Erbrechen diskutieren Sie fassen ihre Sünde in ehrenvolle Worte wie Abhängigkeit Immer wieder stellen sie die falsche Diagnose ihres Problems und tun Buße für die falschen Dinge Sie vertrauen auf unzureichende Schritte der Vorbeugung meist in der Technik und eigener Stärke begründet und wiederholen immer wieder den Zyklus von Versagen Aufdecken Umkehren Wiederherstellen Sieg Versuchung Versagen Sünde Keine einfache Antwort Es existieren unzählige Theorien darüber woher diese Kämpfe herrühren Einige sehr angesehene Prediger haben tiefe psychologische Gründe wie völlige Einsamkeit oder Lehre vermutet die durch die Vergötterung in unserer Kultur hervorgerufen werden Andere verweisen auf die schlechte Moral und unzureichende Ehrfurcht vor Gott und deren Konsequenzen Manche verweisen auf den Fluch und eine vergleichbare Auswirkung wie mit der Schwerkraft auf die männliche Libido Nichts davon kann jedoch eine erschöpfende Antwort geben die den epidemischen Kämpfen Rechnung trägt denen wir hinsichtlich der Pornografie gegenüberstehen Letztendlich ist der Grund dafür dass so viele christliche Männer Probleme mit Pornografie haben eine Leere in ihrem Charakter Sie können mit der schwerwiegenden Verantwortung der Sexualität nicht umgehen weil sie völlig unvorbereitet dafür sind Sie reagieren darauf immer noch als wären sie zwölf Jahre alt Ihr unbeaufsichtigtes Heranwachsen verfolgt sie bis sie 25 sind Innerlich sind sie immer noch irregeführte kleine Jungs Ich wünschte es wäre komplizierter aber das ist es nicht Ich will damit nicht sagen dass nicht noch komplexere Dinge involviert sind aber die primäre Ursache ist die Wurzel Die Lust übermannt sie und ihnen fehlt die Selbstkontrolle sie abzuwehren Paulus hat das als betrügerische Begierden Epheser 4 Vers 22 identifiziert Dies ist die beste Beschreibung die man finden kann Darum ist Betrug die primäre Quelle dieser Kraft Paulus meint nicht dass wir lustvolle Betrüger wären obwohl wir das sind sondern dass die Lust in ihrer Natur betrügerisch ist Die Lust ist eine Aal glatte Lüge Sie versichert uns dass zügellose Genusssucht das ultimative Ziel des Lebens ist Sie bewirkt und nährt das ungestillte Verlangen unseres Fleisches Darum haben die meisten die mit Pornografie kämpfen die Neigung zur Unzufriedenheit in ihrem Leben Aus demselben Grund springen scheinbar glückliche Ehemänner auf und verlassen ihre Frauen sobald sich deren äußere Erscheinung mit dem Alter mehr und mehr verändert wie Männer mit einer Lüge nach der anderen zu Idioten werden Lust verspricht dass körperliche Freuden eine tiefe unvergleichliche und kontinuierliche Befriedigung bringen können aber sie liefert jedes mal etwas anderes herzzerreißende Unzufriedenheit weil sie eine Lügnerin ist sie liefert nie was sie verspricht es kommt das genaue Gegenteil heraus die Lust ist der Oberbetrüger und Pornografie ihr Meisterstück Pornografie ist Lust in ihrer verlockendsten Form sie überlässt nichts der Vorstellung Somit ist Pornografie auch die offensichtlichste Lüge der Lust sie ist ein widerliches Scheusal das seine Opfer gnadenlos niedermacht wie Lämmer auf dem Weg zum Schlachter manipuliert sie eigentlich starke kluge und erfolgreiche Männer zu Idioten Männer die Karrieren riskieren Ansehen Einkommen und Familie nur um auf Firmencomputern von denen sie wissen dass sie Filter und Kontrollprogramme haben einen Blick zu riskieren oder sie verfallen während einer Geschäftsreise ganz und gar in einen Rausch von visuellen Exzessen und bezahlen Pornografie mit der Kreditkarte deren Zahlungen protokolliert werden es ist alles eine Lüge wir wissen dass sie nicht glaubwürdig ist wir wissen dass sie nie das hält was sie verspricht wir wissen nur zu genau wie sie Menschen und Ehen zerstört dennoch glauben wir ihr jedes mal wenn wir es tun verhöhnt sie uns wegen unserer Dummheit kein Wunder dass der Vater in den Sprüchen seinen Sohn mit einer ähnlichen Warnung konfrontiert denn denn eine Hure bringt einen nur ums Brot aber eines anderen Ehefrau um das kostbare Leben Sprüche 6 Vers 26 oder um es umgangssprachlich auszudrücken Ehe du Trottel sei nicht blöd Nichts davon ist wahr Trete mal einen Schritt zurück und schau für einen Moment auf diesen Irrsinn Diese allgegenwärtige Plakatwand zeigt nicht die Wahrheit Dieser Text über den Spaß an sexuellen Eskapaden ohne Verpflichtungen sagt nicht die Wahrheit aus Diese Frauen sind nicht im Sexrausch Es ist eine Qual für sie Sie sind der Kollateralschaden eines nachlässigen Vaters Die Tochter einst mit Zöpfe wird nun in einer niederträchtigen Weise benutzt weil sie niemals auf eine andere Weise männliche Zuneigung unter besseren Umständen erfahren hat Diese Männer sind nicht wirklich die glücklichsten Menschen auf der Welt Sie sind Trottel die eine wahre Frau auch nicht einmal grüßen würde Sie sind vereinsamte Hüllen Diese Leute in den überflüssigen Sex Szenen eines Films die sich verrückt vor Liebe ins Bett stürzen existieren nicht Tatsächlich sind sie selbstbezogene Schauspieler deren Leben ein Desaster ist oberflächliche Narzissten in der vierten oder fünften Ehe Juh Heffner ist ein absolut dekadenter alter Mann der seine Position und Macht in der Porno Industrie nutzt um sich die sexuelle Eroberung zu sichern Er befindet sich nun an seinem Lebensende Diese Leute auf seinen Partys sind nicht seine Freunde Diesen Frauen um ihn herum die den König in der Kälte seines Lebens abends warm halten ist er völlig egal Sie sind nur wegen seines Geldes und seiner Macht da Aus demselben Grund waren sie an seiner Seite Er weiß es Das Theater ist vorbei Er wird allein und einsam sterben Und jedes Mal wenn wir auf die Frau eines anderen Mannes gaffen oder uns mit einer Vorstellung befriedigen sind wir genau wie er lächerlich Erleichterung Bedauern und Umkehr Frage irgendeinen Mann der mit Pornografie zu tun hat und er wird dir sagen dass es das Streben nach der Vorstellung ist welches ihn am meisten fasziniert nicht die Ausübung der Sünde es ist nicht der Akt des Genusses der ihn am meisten ködert sondern die Erwartung das ist alles was die Pornografie anbieten kann ein hohles Versprechen Darum verspüren Männer durch die Scham ein solches emotionales Scheitern wenn sie sich mit Pornografie befriedigen ist die Jagd vorbei zeigt sich die armselige Wahrheit aber wenn wir all das wissen warum zerstören dann so viele Männer idiotischer Weise Ansehen Ehe und Familie für einen flüchtigen Augenblick von Genuss besonders wenn das Ergebnis dann immer dasselbe ist eine frustrierende anwiedernde Lehre ernsthafte antworten wer weiß es wirklich einfache antwort wir sind Sünder Das Garn das die Lust spinnt ist eine Lüge von der unsere sündige Natur vor allen anderen wünscht dass sie wahr wird es berührt eine tiefe Wurzel von Verwirrung und Boshaftigkeit in uns wir sind das Zentrum des Universums und unser Vergnügen ist das höchste im Kern sind wir Götzendiener die sich selbst huldigen und alle unsere Sünden sind ein Symptom dieser Realität der Kampf mit der Pornografie ist ein Symptom nicht die Wurzel wir tun diese Dinge nicht weil wir Opfer einer unsichtbaren Macht sind die gegen uns kämpft sondern weil wir sie tun wollen schlussendlich jedoch ist Sünde Wahnsinn und es gibt keine gute Erklärung Natürlich versteht niemand den Irrsinn alldessen besser als der Mann der in den Fängen der Pornografie gefangen ist Es ist wie eine Szene aus A Beautiful Mind Er der Mann erkennt mehr als jeder andere wie grotesk das ist Er würde niemals versuchen eine rationale Erklärung dafür anzubieten warum er sich immer wieder in die Fänge der Pornografie katapultiert weil keine rationale Erklärung existiert Ich versichere dir niemand hält dies für grotesker als er Ein Mann kann anfangen zu denken er sei verrückt und zwar allein Das sind die düsteren leeren Versprechungen dieser Sünde Sie verspottet Männer wie ein rachsüchtiger Meister Niederlage Verzweiflung Hoffnungslosigkeit der bösartige Kreislauf ihrer Schreckensherrschaft Kein Wunder dass Männer die überführt werden mit einer Mischung aus Schmerz und Erleichterung reagieren Schmerz darüber was sie getan wen sie enttäuscht und gegen wen sie gesündigt haben besonders gegen Gott selbst Wenn das Licht der Wahrheit in ihre Dunkelheit flutet verspüren sie Erleichterung Zu dem Zeitpunkt an dem alles offen liegt sind sie aufgrund der Energie die es sie gekostet hat alles unter dem Männlichen zu halten völlig ausgelaugt Scham eine häufige Fessel der Sünde hat sie davon abgehalten Hilfe zu suchen Sie fürchteten Zurückweisung oder konkretere Konsequenzen so sehr dass sie hinter einer Maske des Moralismus lebten Du kannst ihn beschimpfen und er wird ihr zustimmen Du kannst mit Konsequenzen drohen und er wird sie willkommen heißen Du kannst die Tragödie voraussagen und er wird jeder dieser Möglichkeiten zustimmen Du rennst offene Türen ein mein Freund Er hat's kapiert Er weiß dass es irrsinnig ist Kannst du mir daraus helfen bittet er Meistens wissen wir nicht wie wir helfen können Die Gemeinde obwohl sie Antworten zu geben versucht müht sich ab damit richtig umzugehen Während die Statistik nach oben geht plagt die Kirche sich damit herum wie sie reagieren soll Unsere fundamentalistischen Konklaven haben uns mit dieser Welle von Geständnissen fassungslos zurückgelassen Viele sehnen sich in die Zeit zurück da niemand davon sprach und die Leute damit zufrieden waren in Ruhe zu leiden Ironischerweise ist das einer der Gründe warum wir uns nun hier befinden Aber wenn ein achtbarer respektierter Mann den niemand verdächtigt aus Verzweiflung hervortritt und einen jahrzehntelangen Kampf gesteht wird die Naivität in unserer Geisteshaltung erschüttert Da gibt es kein zurück Unsere spontane Standardreaktion ist dann die ein Seil der Moral zu ihm zu werfen und ihn dazu zu ermutigen sich selbst daran aufzuhelfen Zieh dich selbst heraus rufen wir von oben Wir denken das würde helfen In Wirklichkeit aber ergreifen wir das Evangelium nur so gerade eben Siehe Kapitel 2 Ohne herauszutreten und es auszusprechen betrachten wir das Evangelium als kraftlos um gegen solche anspruchsvollen Kämpfe zu helfen Diese Missachtung des Evangeliums lässt einen fragen wer hier wirklich irrsinnig ist der leidende Sünder oder der christliche Freund mit seinen gut gemeinten Ratschlägen der die eine Botschaft vernachlässigt die wirklich Hoffnung birgt Wir bieten zum Beispiel eine Rechenschaftspflicht an in Gruppen per Software und so weiter Es ist hilfreich und generell nützlich denn es ist ein normaler Teil im Gemeindeleben aber es ist nicht die alleinige Lösung Wenn ein Mann bereit ist sein eigenes Gewissen zu belügen belügt er auch jene die er liebt und respektiert Ehefrau Pastor Familie Freunde Übrigens die Enttäuschung der anderen als Motivation zur Veränderung darzubieten ist nur ein zusätzlicher Zwang Wenn das alles ist was wir anbieten können legen wir ihm eine Last auf die weder unsere Väter noch wir zu tragen vermochten Apostelgeschichte 15 Vers 10 Das Evangelium nimmt die Last der Selbsthilfe von den Opfern die wir ihnen unabsichtlich auferlegt haben Es erscheint uns töricht wie Paulus es sagt und geradezu gegen unsere Liebe zur Selbsterrettung gerichtet aber dieser Mann muss daran erinnert werden dass er von Gott angenommen ist wegen des vollendeten Werkes von Jesus Christus dass er aufhören kann nach Perfektion zu streben und anfangen kann in Christi Perfektion zu ruhen Gott hat ihm bereits sein Versagen vergeben kein perfektes menschliches Wesen kein idealer Mann und unbefleckter Ehemann zu sein Die Gnade Gottes wird ihm helfen die Ursache von der Wurzel her zu bereuen und nicht bloß die Symptome Unser Retter kletterte das Seil hinunter und kam in unsere Hoffnungslosigkeit hinein Er opferte sich selbst für uns unseren Götzendienst ständig im Blick Er weinte wegen dessen Tyrannei über uns Er starb um uns von der Gebundenheit zu befreien Das Kreuz ist die Lösung Es lehnt unmissverständlich jede Hilfe ab die wir anbieten um unsere Stellung vor Gott zu verbessern die nicht verbessert oder verschlechtert werden kann Er ist gerecht Es sei denn Christus ist vergeblich gestorben Galater 2 Vers 21 Gleichzeitig erinnert es uns daran dass unser Problem nicht verhaltensbezogen ist oder umstände halber auftritt sondern aus dem Inneren kommt Wir benötigen eine göttliche Lösung und keine oberflächliche Weil wir erkannt haben dass der Mensch nicht aus Werken des Gesetzes gerechtfertigt wird sondern durch den Glauben an Jesus Christus Galater 2 Vers 16 Schlussendlich lehrt uns das Kreuz wie wir leben sollen Von ihm erfahren wir die wahre Bedeutung von Liebe Hier ist die Macht über die Lust und ihre Umklammerung Opferliebe und Selbstopferung die uns im Kreuz Jesu dargeboten werden und uns dadurch aus den begehrlichen Fesseln befreien durch welche die Pornografie unsere Sehnsüchte bindet Polyester und Plastik Träume überwinden Wenn ich an die Zukunft meiner Söhne in diesem Sumpf den wir Gesellschaft nennen denke stellen sich mir die Nackenhaare auf Das Scheusser lauert dort draußen Wenn ich meine Söhne liebe werde ich Alarm schlagen Es nicht zu tun wäre etwas so als würde ich meinen Söhnen eine Schlange geben Welcher Trottel würde nicht mit seinem Sohn über die Gefahren von Pornografie und die vergiftete Macht von unmoralischen Darstellungen sprechen Das Das ist Das ist rein rhetorische Frage Darauf brauchst du nicht zu antworten Wir müssen in Aktion treten Angesichts des Tsunamis von Unmoral der jeden Tag über unsere Welt hereinbricht müssen wir es tun Einige verlangen eindringlich nach Rechenschaft mittels Internet Firewalls und Männergruppen Aber jeder Mann den ich kenne der abhängig ist von Pornografie weiß sie zu umgehen Manche bevorzugen eine Therapie mit Spezialisten auf diesem Gebiet Aber jeder Mann den ich kenne der sich einer formellen Therapie unterzog endet ungewollt dabei das zu tun wovon er loskommen wollte seinen Kampf zum Zentrum des Universums zu machen In vielen Fällen behandeln wir nur die Symptome Ich glaube daran dass wir etwas tun können um jene vorzubereiten die diesem Feuersturm entgegen steuern zu behandeln die davon verzerrt werden Eine Warnung vorab Wenn du in einem Polyester und Plastiktraum von christlicher rosa rote Brille lebst schneide ich an Du wirst das nicht mögen Es wird nicht leicht Aber hier ist das was geschehen muss Erstens Wenn ich das Leben meiner Söhne gegen diese Flut von Perversion schützen und jene retten will die sich im Belagerungszustand befinden muss ich ihnen die Wahrheit sagen Nicht nur über den Betrug der Pornografie sondern auch über die unglaubliche Alternative Das ist richtig Mr. Cleaver Du musst diesem Teenager Jungen in deinem Haus die Wahrheit über Sex erzählen Bei all den Anstrengungen die wir unternehmen die Flut einzudämmen bedenken wir das oft genug nicht Wenn Gott die Sexualität erschaffen hat dann hat sie eine Bedeutung die ehrbar und rein ist Das genaue Gegenteil zur weltlichen korrupten Version Es ist eine neue Sicht auf die Axt Ich weiß dass dies das genaue Gegenteil von dem ist was wir normalerweise tun und unserer Gewohnheit zu reagieren entgegensteht Normalerweise erfahren wir von den Kämpfen unserer Söhne nachdem sie aufgedeckt wurden Wir reagieren indem wir Stecker für Fernseher und Computer aus der Wand reißen Wir installieren Rechenschaftsprogramme auf unseren Heimcomputern Wir verbarrikadieren die Luken Wir stoppen alle eingehenden Nachrichten Doch das hat wenig Einfluss auf das Herz des jungen Mannes Sich ausschließlich darauf zu verlassen den Zugriff auf Bilder und Informationen einzuschränken ist ein fundamentales Missverständnis des eigentlichen Problems des menschlichen Herzens Der Punkt ist Du kannst verhindern dass Pornografie auf dem Computer deines Sohnes landet Aber du kannst das Rad in seinem Kopf nicht anhalten Nur das Evangelium kann hierin vordringen Ich möchte davor ansetzen und das Herz meines Sohnes mit der biblischen Perspektive vorbereiten Du kannst nicht verhindern dass der falsche Ramsch hereinkommt Du musst dem richtigen Ramsch ermöglichen den Weg zu seinem Herzen und zu seiner Seele zu finden Du kannst ihm nicht nur erzählen wovor er davon laufen soll Du musst ihm auch sagen wo er hin laufen soll Vielleicht hast du Angst davor weil du denkst gegenüber ihm ehrlich zu sein bezüglich der biblischen Sicht auf die Sexualität würde ihn verderben Hallo er ist bereits verdorben Das genau ist der Grund warum er Sex nicht richtig umsetzen kann Ohne ein biblisches Raster in seinem Kopf ist er verloren Es ist besser als Schokolade Also sag deinem Sohn die Wahrheit Sex ist die absolut aufregendste Erfahrung die er sich vorstellen kann Und vertrau mir er wird es sich vorstellen Aber du musst ihm sagen dass Sex besser ist als er es sich vorstellen kann Es wird ihn umhauen In diesem Sinne gewährst du der Saat der Wahrheit Einlass in den Betrug der Welt Aber du holst sie zurück und setzt sie in die richtige Perspektive Ja Sex ist ein Genuss Aber das ist nur ein Teil der Wahrheit Körperlicher Genuss obwohl erstrebenswert und nicht notwendigerweise sündig ist nicht eine Erfahrung die im Leben am meisten zufrieden stellt Das Evangelium Die am meisten erfüllende Lebenswahrheit die den Menschen bekannt ist macht den Sex auf eine Weise zufriedenstellend wie es die Welt nie erfasst Die sofortige Befriedigung durch Sex ohne Verpflichtungen ist nicht das ultimative Ziel des Lebens Es gibt größere Tatsachen die Sex einen Sinn geben und ihn an den rechten Platz rücken Unsere Aufgabe ist es die Wahrheit zu sagen Entweder tun wir das oder dein Sohn unterliegt der List der Unmoral Um es klar zu sagen Ich wünsche mir dass meine Söhne in eine Erwartungshaltung der Freude am Sex mit ihren zukünftigen Frauen aus christlicher Perspektive hineinwachsen sodass ihnen das Angebot der Hure welche ihnen in dieser Kultur auf Schritt und Tritt begegnet absurd erscheint Langfristig möchte ich meinen Söhnen und meinen zukünftigen Schwiegertöchtern die Möglichkeit bewahren Sex in der Reinheit und Freiheit zu erleben in der er geschaffen wurde Ich bete dafür dass sie sich so eifrig um die befreiende Unschuld einer physischen Beziehung mit ihren Frauen bemühen dass sie niemals den hohlen Versprechungen der sexuellen Unmoral Glauben schenken Mein Wunsch ist es dass ihnen die Bilder auf den Plakat wenden schal erscheinen und nicht verlockend Ich möchte dass sie für Hugh Hefners triste Seele beten und ihn nicht beneiden Schließlich sind sie vor Gott nicht besser als Hugh Hefner und er ist nicht weiter von seinem Heil entfernt als sie Ohne unseren Söhnen zu überschreiten müssen wir so schnell wie möglich darlegen dass die biblische Sicht auf Sex den Unsinn da draußen weit übertrifft Wir können nicht behaupten dass Sex nicht existiere Wir können nicht erklären dass er auf einer bestimmten Ebene nicht befriedigend wäre Denn das ist so Wir müssen die Wahrheit sagen Damit das geschehen kann müssen wir eine Umgebung schaffen in der wir darüber ehrlich und offen reden können Warum sollten wir es nicht tun Warum können wir nicht so zu unseren Söhnen reden wie es die Bibel tut trink trink Wasser aus deiner eigenen Zisterne und frisches Wasser aus deinem Brunnen sollen sich deine Quellen auf die Straße ergießen die Wasserbäche auf die freien Plätze dir allein sollen sie gehören und nicht den Fremden neben dir deine Quelle sei gesegnet und freue dich an der Frau deiner Jugendzeit am lieblichen Reh und der anmutigen Gämse ihre Brüste sollen dich alle Zeit trunken machen an ihre Liebe sollst du dich immer berauschen warum mein Sohn willst du dich an einer anderen berauschen und den Busen einer Fremden umarmen Sprüche 5 Verse 15 bis 20 Die Kirche kam mit einem Messer zum Pistolenduell Die Welt dominiert den Äther wenn es um Sex und Sexualität geht Das trifft auch auf die Kirche zu Die meisten Teens in den Gemeinden erhalten ihre Vorstellung von Sexualität über MTV Die säkularen Medien erschüttern eindeutig unsere gute Nachricht Um genau zu sein wir haben keine Unsere Standardposition ist die Schweigsamkeit Im Grunde hat die Kirche ein Messer zu einer Schießerei mitgebracht Offensichtlich wetteifern wir nicht um die gleichen Ziele aber es ist trotzdem ein Kampf wir haben die Wahrheit und wir sollten sie aussprechen wir sollten unseren Kindern die Wahrheit sagen die komplette Wahrheit Sex ist beglückend doch sogar mit unseren Kindern gehen wir in puritanischer Brüderie um ja wir sollen dem verderbenden Einfluss der Welt entfliehen aber wenn wir denken dass das Filtern von Bildern aus dem Internet eine ausreichende Methode ist um unsere Kinder in Sachen Sexualität anzuleiten sind wir genauso ignorant wie sie ich möchte nicht dass meine Söhne sich schämen wenn sie an Sex denken ich möchte dass sie auf die richtige Weise daran denken ich möchte dass sie ihn respektieren ich möchte dass sie ihn richtig durch die Brille der biblischen Weltsicht wertschätzen in diesem Sinne möchte ich das Mysterium wegnehmen mit dem die Welt sie lockt ohne es der Reinheit zu berauben ich will es also korrekt darstellen ohne es billig zu machen zweitens lasse ich meine Söhne vom Haken ich werde ihnen sagen dass das Verlangen das sie auf der physischen Ebene haben natürlich ist und nicht per se sündhaft sie sind dazu bestimmt Sex haben zu wollen es ist normal sie sind dazu bestimmt vom anderen Geschlecht angezogen zu werden das ist ebenfalls natürlich entschuldige Wort aber da hast du es wenn ich es ihnen nicht sage werden sie einen Tobsuchtsanfall bekommen vom physiologischen Standpunkt aus ist es unumgänglich wenn dein Sohn sich dem 12. Lebensjahr nähert beobachte seine Augen in der Nähe der Kasse im Lebensmittelladen woher kommt dieser Impuls von dem gleichen Ort wie deiner du kannst deine Augen in die richtige Richtung lenken wenn du es nicht ignorierst deine Aufgabe ist es ihn durch all diese Veränderungen die er während des Aufwachsens durchlebt hindurchzuführen du musst in diese Hilflosigkeit und Verwirrung hineinsprechen du musst sicherstellen dass er nicht das bedeckt was eine völlig normale Erfahrung für einen jungen Mann mit einem Feigenblatt an Schamgefühl ist du willst nicht dass er sich vor all dem Kram in die Dunkelheit verkriecht du willst dass er sich dem im Licht der Wahrheit stellt drittens und am wichtigsten werde ich das Leben meiner Söhne mit dem Evangelium und dem Kreuz Jesu Christi tränken selbst wenn ich die Verbindung zum Internet abschneide kann nur das Evangelium die Filmrolle in seinem Kopf reinigen Sex wie ihn die Welt verkauft ist absolut selbstsüchtig und es ist offensichtlich dass die Welt phänomenal darin ist dieses Produkt voranzutreiben im Grunde geht es um die sofortige Belohnung auf Kosten eines anderen Menschen Menschen sind Objekte der Lust und das Selbst ist das Höchste es ist gekennzeichnet von dem ungezügelten Streben nach persönlicher Lust das Kreuz ist der einzige effektive Filter für diesen Unsinn Scheunentore und herumstreunende Kühe wenn ein Sohn erst einmal Pornografie entdeckt hat ist es viel zu spät ernsthaft in welcher Höhle haben seine Eltern gelebt? wenn es dann entdeckt wird starten sie hektische Aktionen das ist so als wenn wir die Scheunentür zuschlagen wenn die Kühe bereits draußen sind Eltern kommen in mein Büro und bitten um Hilfe ich habe die Verantwortung in den letzten 18 Jahren vernachlässigt könnten sie helfen? ich habe in der Mittagspause eine Stunde Zeit die Fahrzeit natürlich nicht einbegriffen das Gegenteil genüsssüchtiger Auswüchse ist selbstlose Aufopferung das ist die Botschaft vom Kreuz das ist der Ort wo Sex Sinn ergibt wenn ich will dass meine Söhne die Grundbotschaft der Pornografie verachten muss ich sie der Herrlichkeit der aufopfernden Liebe wie sie am Kreuz Jesu Christi erscheint aussetzen echte Freude und Erfüllung finden sich im Dienst an anderen nicht im Ausnutzen anderer die Welt will dich glauben machen sexuelle Erfüllung sei die größte Erfahrung die ein Mann machen kann wenn Gott das so gemeint hätte gäbe es Sex zwischen Ehemann und Ehefrau im Himmel aber Jesus hat ganz klar gemacht dass das nicht passieren wird Lukas 20 Verse 34 bis 36 liebst du deinen Sohn? rede mit ihm erzähl ihm die Wahrheit über Sex und das Liebesopfer des Evangeliums eines Tages stand ich am Fenster meines Hauses und schaute hinaus auf der Straße sah ich viele junge noch unerfahrene Leute unter ihnen fiel mir ein Bursche auf der gänzlich ohne Verstand sein musste er ging die Gasse entlang an deren Ecke eine gewisse Frau wohnte und näherte sich ihrem Haus der Abend war schon der Nacht gewichen es war dunkel geworden Sprüche 7 die Verse 6 bis 9 bis 9